Ich war mit meinen Freunden verabredet. Sie sind leider nicht gekommen. Ich habe auch schon überall nach ihnen gesucht. Wo sie wohl stecken? Hallo Freunde. Hallo Rarity. Du siehst so traurig aus. Ja Nicole, ich bin traurig. Ich habe schon überall nach meinen Freunden gesucht. Sie sind wie vom Erdboden verschluckt. Ach, das ist doch kein Grund traurig zu sein. Ich helfe dir beim Suchen. Hey, vielleicht sind sie ja in meiner Wunderbox. Und los geht's. Hm, ich habe hier was ganz Weiches. Oh, wer bist du denn? Oh, das ist meine Freundin Twilight Sparkle. Das ist aber ein süßes Pony. Schaut mal. Seine Augen sind lila. Und hier hat es einen Stern, der funkelt. Siehst du, Rarity? Eine deiner Freundinnen haben wir schon gefunden. Mal schauen, was noch in meiner Wunderbox ist. Ah, ich habe hier etwas. Das ist ein Topf. Hm, mit dem Topf können wir nichts anfangen. Vielleicht finde ich dieses Mal ein Pony in der Wunderbox. Oh, ich glaube, das ist Fluttershy. Nein, Nicole. Das ist Applejack. Schau mal. Hier siehst du doch die Äpfel. Ups, Entschuldigung, Rarity. Ich finde, die Farbe sieht ein bisschen aus wie die von Fluttershy. Hey, was ist denn mit unserer Box los? Hä? Oh? Oh. Habt ihr erkannt, wer das war? Ihr habt natürlich recht. Das ist Omnom. Hm? Ah, he he. Ah. He he. Wo Omnom immer überall auftaucht. Wir suchen doch die Ponys. Mal sehen, ob ich jetzt mehr Glück habe. Jaha. Hier ist ein Pony. Rainbow Dash ist ein kunterbuntes Pony. Er hat ein rosanes Auge. Seine Mähne ist kunterbunt. Und der Schweif auch. Genau wie ein Regenbogen. Hallo, Freunde. Da seid ihr ja. Rarity. Wie viele Ponys fehlen denn noch? Hm. Pinkie Pie und Fluttershy. Also zwei. Hm. Also zwei. Mal sehen. Ist das ein Pony? Ist das ein Pony? Nein. Es ist Obst. Eine Ananas. Ui. Super. Ich liebe Ananas. Die gönnen wir uns später. Okay. Hier habt ihr eure Ananas. Und ich schaue, was noch in meiner Box ist. Und etwas ganz weiches. Und hier hat sie Luftballons. Prima. Ich muss nur noch ein einziges Pony finden. Hey, das ist was Hartes. Die Ponys waren doch so weich. Das ist kein Pony. Das ist Ember. Kennt ihr Ember? Ember ist ein Krankenwagen. Und sie gehört zu Roboka Pollys Rettungsteam. Hallo Nicole. Hallo. Hallo Freunde. Ich muss leider schon wieder los. Ich habe einen Notruf empfangen vom Pony. Tschüss. Hoffentlich finde ich dieses Mal das Pony. Es ist was weiches. Es ist gelb. Das ist Fluttershy. Oh, schaut mal Freunde. Diese Schmetterlinge sind ja schön. Hallo Freunde. Da sind wir. So, jetzt sind alle Ponys da. Sollen wir sie mal gemeinsam zählen? Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Sechs kleine Ponys. Ponys, ihr könnt jetzt spielen gehen. Danke, dass du meine Freunde gefunden hast, Nicole. Tschüss. So Freunde, das war's für dieses Mal. Es hat Spaß gemacht, mit den kleinen Ponys zu spielen. Abonnieren Spaß für Kinder und schau dir auch unsere anderen Videos an. Tschüss.